Musik Was machst du mit dem ganzen Geld? Ich zähle es. Das ist das Geld aus meinem Sparschwein. Lisa hat ein total schönes neues Mäppchen. So eins möchte ich mir auch kaufen, aber das Geld reicht nicht. Schade. Vielleicht kannst du einen Flohmarkt machen. Wenn du ein paar alte Sachen verkaufst, bekommst du Geld. Ich würde auch mitmachen. Ich spare nämlich auf ein neues Kleid für meine Puppe. Hm, ja. Das Problem ist nur, ich habe eigentlich momentan gar nichts, was ich verkaufen könnte. Hallo. Hallo, Daddy. Hallo, Michael. Was hast du denn da mitgebracht? Das hier ist eine Kiste italienischer Orangen. Habe ich von meinem Arbeitskollege bekommen. Seine Familie baut die an und hat ihr so viel übrig, dass er sie verteilt hat. Oh, so viele? Das ist aber nett. Die sehen gut aus. Und was machen wir mit so vielen Orangen? Vielleicht Orangenmarmelade? Ihhh, das mag ich nicht. Also ich mag ja auch keine Marmelade. Hm. Ich möchte einen Orangensaft. Ja, das können wir gleich machen. Frisch gepresst schmeckt Orangensaft am besten. Hm, lecker. Kann ich auch einen haben? Hm, klar. Kannst du. Hier, bitte. Danke. Hm, schmeckt gut. Die Orangen sind schon recht weich. Die sollten wir möglichst schnell essen. Ich habe eine Idee. Wir könnten doch an der Straße frisch gepressten Saft verkaufen. Oder Orangenlimonade selber machen. Ja, und damit Geld verdienen. Genau. Dürfen wir einen Stand machen? Bitte, Mama. Was meinst du, Michael? Ja, ich habe nichts dagegen. Bevor die Orangen schlecht werden und keine etwas davon hat. Okay, von mir aus könnt ihr das machen. Ich habe als Kind zusammen mit meinem Bruder Kürbisse aus unserem Garten am Straßenrand verkauft. Wirklich? Und habt ihr welche verkauft? Ja, einige. Das hat Spaß gemacht. Cool. Cool. Ich hoffe, bei uns funktioniert das auch. Wir brauchen aber einen schönen Stand. Papa, haben wir noch einen großen Karton, aus dem wir einen Stand basteln können? Vielleicht. Ich schaue mal im Keller nach. Ich hole Wunschstifte. Wie findet ihr diesen Karton? Der ist gut. Kannst du uns ein Fenster rausschneiden? Ja, das kann ich machen. Ihr müsst vielleicht noch einen kleinen Tisch hineinstellen, wo ihr den Saft abstellen könnt. Ja, machen wir noch. Hier sind Stifte, Lena. Jetzt malen wir alles an. Das sieht toll aus. Und seitlich kommt die Preisliste hin. Wir verkaufen die Limo für einen Euro pro Becher. Das geht dann leicht zu rechnen. Aber wir teilen uns dann das Geld. Klar, wir machen halbe halbe. Komm, wir tragen alles raus. Am besten bestellen wir den Stand direkt an den Gehweg. Super, jetzt noch die Orangen und das Mineralwasser. Wo ist unser Stand? Da vorne, schnell. Da ist uns doch einfach der Stand abgehauen. Ja, böser Stand. So, jetzt wird er bei hier geblieben. Das sieht cool aus. Hoffentlich kommen auch ein paar Leute vorbei. Warum ist denn nicht mehr los in unserer Straße? Da kommt Oma. Oma. Ja, hallo, ihr zwei. Was macht ihr denn? Wir verkaufen selbstgemachte Orangenlimonade. Ja, möchtest du eine? Das ist ja eine tolle Idee. Natürlich möchte ich da gerne einen Becher Limonade kaufen. Wir pressen den Saft ganz frisch, Oma. Toll. Ihr bitte, ein Euro macht das. Danke. Hier habt ihr zwei Euro. Das stimmt so. Danke, Oma. Mh, sehr lecker. Da muss ich aber gleich Opa Bescheid sagen, dass er auch noch vorbeikommt. Au ja. Tschüss und viel Erfolg mit eurem Stand. Danke. Tschüss, Oma. Cool, jetzt hat jeder von uns schon ein Euro verdient. Hahaha. Da kommt Lisa. Hallo, was macht ihr da? Ich habe euch von meinem Zimmer aus gesehen. Hallo, wir verkaufen Orangenlimon. Willst du auch eine kaufen? Okay, aber ich muss erst Geld holen. Okay. Hey, Fifi, stopp. Du darfst nicht an die Orangen. Fifi, Fifi, komm bei Fuß. Hallo Kinder, manchmal zischt Fifi einfach ab und hört nicht. Tut mir leid. Macht nichts. Möchten Sie vielleicht auch eine selbstgemachte Dämonade, Frau Stein? Sehr gerne. Hier bitte, ein Euro kostet das. Danke. Mh, die schmeckt aber lecker. Jetzt müssen wir aber nach Hause, Fifi. Tschüss. Tschüss. Paul, Alex, wollt ihr auch eine Orangenlimo kaufen? Was kostet die? Was kostet die? Ein Euro. Ich habe aber kein Geld. Ich auch nicht. Wenn ihr kein Geld habt, bekommt ihr ausnahmsweise einen Becher umsonst. Cool. Danke. Können wir auch mitmachen? Nein, das geht nicht. Wir sind schon genug Leute für diesen Stand. Wir könnten auch etwas verkaufen, Paul. Oh ja, wir machen einen eigenen Stand. Klar, cool. Genau neben uns. Aber wir dürften nicht das gleiche verkaufen wie wir. Nein. Wir schauen jetzt gleich mal zu Hause, von was wir ganz viel haben. Oh, wir haben ganz viel Kaffee. Wir könnten doch Kaffee verkaufen. Ich habe gleich meine Eltern mitgebracht. Sie wollen auch etwas kaufen. Toll, hallo. Dann drei Limos. Macht drei Euro bitte. Danke. Oh, gibt es noch mehr Verkaufsstände? Ja, wir verkaufen gleich Kaffee. Davon haben wir so viel. Von Papa. Ich muss nur noch schnell die Kaffeemaschine aufbauen. Jetzt sind wir bereit. Ach, da könnte ich bei euch gleich noch einen Kaffee kaufen. Ich wollte sowieso noch einen trinken. Der Kaffee kostet ein Euro. Prima, dann nehme ich einen. Danke. Tschüss. Meccafee, wie kommt ihr denn da drauf? Habe ich aus einem Prospekt ausgeschnitten. Und euer Papa hat euch erlaubt, Kaffee zu verkaufen? Ja, so ungefähr. Sagen wir mal so, er hat es nicht verboten. Der hat so viel Kaffee. Das fällt nicht auf, wenn davon ein bisschen fehlt. Wo ist denn die Kaffeemaschine hin? Sarah! Ja, was ist denn los? Wo ist denn unsere Kaffeemaschine und der ganze Kaffee hin? Äh, keine Ahnung. Vorhin war er noch da. Selbstgemachte, erfrischende Orangenlimonade. Heißer Kaffee, direkt aus der Kaffeemaschine. Toll, dass es so gut läuft, oder Anna? Ja, wir haben das Geld für das Mäppchen und das Puppenkleid wahrscheinlich schon zusammen. Und ein Kaffee kaufe ich natürlich auch noch. Hm, das ist aber eine leckere Sorte. Da hat euch euer Papa ja den besten Kaffee zum Verkauf gegeben. Das ist ja nett. Ja. Mein Kaffee! Ein Kaffee? Klar, kommt sofort. Macht dann einen Euro. Ihr Schlingel! Klingel! Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut! Tschüss!